Hallihallo Leute, hier ist die Eule Was geht? Heute in der freien Wildbahn quasi. Wir sind noch ein bisschen spazieren hier, Schloss Nordkirchen, Kreis Großfeld. Und wie ihr seht, hier ist das schon gefroren. Sieht nicht weiter, wie man das sehen kann. Ist schon Eis am Start. Für die dicke Eule reicht es nicht, für die Vögel schon. Ich hoffe, das blendet nicht zu sehr hier mit dem Licht. Ja, ich schreibe euch mal unten rein, wo das genau ist. Im Sommer kann man hier schön spazieren gehen. Jetzt ist es ein bisschen trostlos, aber ansonsten viel Platz zum Laufen für die Tiere, für die Kiddies. Ja, das war's. Wir genießen den Tag jetzt noch und bis dann. Ja, das ist jetzt der Blick von der anderen Seite. Mit dem hübschen Gordon davor und das ist das Schloss mit der Wirtschaftsschule für Finanzen in NRW, wo die ganz wichtigen Leute herkommen, die nachher schön Beamten sind und zur jetzigen Zeit bestimmt schon Feierabend haben. Ja, unten drin ist auch noch so ein Restaurant. Kann ich allerdings nicht so empfehlen. Ist sehr teuer. Also ich habe bei demjenigen mal gekocht, wo er noch in Lünen sein Restaurant hatte. Wenig auf dem Teller. Großer Preis. Großer Preis. Das Portemonnaie und die Karte blutet. Also von daher, wer drauf steht, gerne, aber ansonsten muss nicht sein. Wie ich immer sagte, esse ich lieber ein halbes Hähnchen. In dem Sinne, schönen Tag noch. In deinem sind übrigens Schwäne. Wir sind jetzt genau an der falschen Stelle. War klar. Also in dem Sinne, schönen Tag noch. Haut da rein und ciao.